Wir haben alles noch geschätztes Publikum mit den Ausstellern und Züchtern. Wir haben zum ersten grossen Höhepunkt der Rassenzinnung. Wir haben jetzt die NDR Junior Champion und wir haben Junior Schörnüter zu machen. Ich bin als erstes Junior Schörnüter und danach Junior Champion. Jetzt ist Vorzugsvital, ich weiss, das ist schon am Essen. Wir haben auch weiterhin einen guten Dienpunkt. Schon hier und die anderen gehen nicht essen. Darum machen wir in den Kommentaren ganz kurz vor dir vornehmen, wenn ich so, dass ich mich zu dieser Entscheidung bewogen habe. Für mich Champion Food ist eine Kuh mit idealer Grösse, sehr viel Muskeln, die breit ist in der Brust, extrem viel Ausdruck, was für mich auch wichtig ist. Ein Champion Food muss auch den Betten von einer Schörnüter-Fuhr so die Dien eigentlich auch in der Vorderform. Ich habe heute noch eine Fähre aus dem Betten-Kuh mit der Mutter, die absolut für die Zukunft kommt. Ich habe das Gefühl, dass er mich besser ist, mit extrem hohen Untersprung, der Superbank, wo man einfach den Höhepunkt, extrem hohen Schörnüter-Fuhr. Also, ich freue mich, dass ich die Champions wähle, jetzt in der Vache-Premier-Lattation. Ich werde erst die Champion für die Vache-Premier-Lattation und dann die Champion für die Vache-Premier-Lattation. Ich werde direkt vor der Ecke, damit Sie die Vache-Premier-Lattation haben. Für mich, die Vache-Premier-Lattation ist eine Vache-Premier-Lattation und die sind wieder unter der Rabe der Stufe. Die Superbank und die Vache-Premier-Lattation sind sehr, sehr hoch. Die Vache-Lattation Applaus 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 Sie sind von den jungen Sibitaler Füßen auch rausgekommen. Die Schörrouter ist Camilla von der Familie Schwierig-Budispräck. Sie sind von den Jungen Sibitaler Füßen. Sie sind von den Jungen Sibitaler Füßen. Herzlichen Dank. Sie wünschen jetzt allen Sibitaler Füßen. Wir fahren Füßen. Man kann mit Zeugen mit den Zeugen parkieren.